Was ist mit dir los? We turn to lobby We turn So ok Wir haben nicht mehr Level 9 Diesmal spiele ich dir Irgendeinen anderen Charakter mal schauen Lässt jemand ein oder nicht? Ja ich bin dran Nicht zu stressen Wann noch mal Nippst du möchtest du noch in Borderlands Ich will zusammen zocken Start Ja ist ja gut Helfet ihr nachdem wir noch in Borderlands Nein, nachdem kann ich auch Pennen Wir müssen arbeiten Boah, du musst heute voll arbeiten Du bist so badass Du bist so badass Warte, schau, ich gehe hier Aber hier Ja Nein, ich kann es dir noch schülen Bist du wenigstens denner gewesen? Ja Aber trotzdem heiss Nach dem Namen Hättest du wollen duschen mit mir? Nein, hättest du nicht wollen Wieso bist du dusch gewesen? Ja Ich bin bis zu den Knälen im Schlamm Nein, es ist am Morgen schon kalt Am Namen ist schon heiss Ja, es war ein Tal Oder das Beschlag Das fürchte Shit Ha 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 Das fürchte Shit Fürchte Scheiss Das ist doch da Matsch Nein, nein Nein Ich habe die Sacken müssen wechseln Die Hasen müssen wechseln Die Schuhe müssen wechseln Aber schon ein bisschen Kleidung Weck Ah ja So unnötig Wir haben ein bisschen Kupferdrein gehalt Ja Ja Mechromance Sie haben sie auf Twitter gesetzt Was haben sie auf Twitter gesetzt? Was haben sie auf Twitter gesetzt? Sie haben sie auf Twitter gesetzt Sie sind Mechromance Sie sind auf Borderlands 2 Ah Kommt jetzt da aus oder was? Dort Aber sie sind ja kein Datum oder? In dem Fall sieht sie nicht schlecht aus Das Mädchen Ja Besonders ihre Feigheit ist geil Was wäre? Ja Die Feigheit Vor einem Mechromance Ja Eben Die kenne ich nicht Wege dem Frage Was ist Feigheit? Sie kann einen Roboter beschwören Die helft Das ist ein Teil Man Toppen so gross wie sich selber Und sie heisst Sie heisst Geige Wow Geige 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 Wir müssen mal das Let's Play nochmal mit dem Anfangen Wir müssen mal das Let's Play nochmal mit dem Anfangen Ich habe wirklich bis jetzt zu fangen ein römischer Held aus Also Gott ausgebracht Das ist gleich mal der Cupid Ja Roman Nicht nur der Ja Das ist der einzige Römisch Was sie bis jetzt rausgebracht haben Aber irgendwie frage ich mich wie sie das machen wollen Sie müssen ja noch Poseidon von den Griechen Und Weisst Eigentlich stimmt es nicht hundertprozentig Ich bin der Meinung Dass zum Beispiel Thor Nur mal Halbgott ist Und kein Gott Und kein Gott Thor ist der Sohn von einem Gott Ja Also ist er auch der Gott Er hat es vergeigen Und erscheinbar Dann auf die Welt Achen verbannt worden Und wenn du sterblich menschlich bist Dann bist du nur noch Halbgott Gott ist sterblich Das weisst Es gibt einen Ego Fettami Checken das nicht Ja Ja 3 APs Ja So Mann Es gibt keinen Gott Wir spielen jetzt das erste Mal Zum Wukon Kann man ihn mal zufällig wählen Ja Du musst ja auch warten bis die Zeit durch Nein Du darfst es raus schiessen Nimm mal AD Wir haben schon 3 APs Ja das ist ein APs oben Haben wir einen Tank Ja dann nimm mal AD Tank Ich habe kein AD Tank Ja Es gibt noch gar keine Ah dort eigentlich gibt es Da ist ein Tank Da ist ein Tank Toll 4 mal AP Das wird witzig Ich glaube das geht einfach doch Das Thema ist Du bist noch nicht besprochen Fertig besprochen Du Fräfler Du Hure Verräter Du Du Erätiker Was ist jetzt los man Ich fahre nachher Alle die Gott glauben müssen Verbrechen Du spielst gerade mit Göttern Du Idiot Ja Das sind Saga Götter Ich hätte es nie Ich hätte es nie gesehen Ja ich habe vorher gesagt Das sind Götter im Glauben Was sind Gottglauben Das habe ich nie gesehen Moment Wir sind dabei Aber das ist so das Wird der existieren Der Noob Wer Ja so das hat Thor existiert Ja der hat existiert Ich glaube fest dran Das ist wieder wie ein Nachtsmann Du Mieser Kleiner Nein ich kann es nicht sagen Aber wieso nicht Hopps hopps Hopp was Recht in line Hopps Hopps Ich muss wieder mit dem Random Guy zusammenspielen Du bist der Rand Du bist der Aufnahme Du bist der Frau Ja eben Wege dem sollten Sie eigentlich mit dem von euch zusammenspielen Du komm doch zu uns Dann machen wir triple lane Ja das ist ja Nein ich müsste auch mit den Englern zusammenspielen Wo mit Und wir machen Triple Locky Poetaputapal Dann müssen wir dann gleich in die Jungle Aber er hat es nicht geskillt So ist eigentlich mein Charakter aus Pass mir nach Folgt meinem Licht Ich kann vielleicht Ich kann den vielleicht einen rauspicken aus dem Jungle Wege mir eine Fähigkeit Also im Dinnen warten Picken den vielleicht Dann kann ich ihn raus Also kannst du ihn grabben oder was Ja ich kann es wie den Singer-Tiger mehr schiessen Ah klar Soll ich jetzt hier Ich glaube ich nehme den den Aff den ich schiessen kann Also ich habe nicht fucking Laser genommen Hehehe Äh So Nein Jetzt habe ich mich für alle Hey was macht der auf unserer Linde Äh Au Quang What are you doing here Zero Ehm You need it really triple lane Wo die märlichen Schöpfe! So richtig gepoppt! Haha, gepoppt! Wie ein Hums! Jetzt pushen wir den ein bisschen rein! Haha, yeah! Ah ja, ich bräuchte dann auch noch blau, wie ich mir da einiges... Igol, Mann! Ich bin AP-Tank! Ja, aber ich spame mehr als du mit meinem Aff! Äh... Äh... Wir sind dann im Fall immer noch... Also, dir zwei sind immer noch eins! Ja, du hast den Kill gemacht, du musst nur dran sein! Der Asi... Wo Asi? Du verfestest... Ja, die Asis bekommen wir nur die Asis... Duh! Das heisst, du hast dich jetzt selber gewusst... Ich komme mal witzig, Simon! Cremes Sarkasmus! So, jetzt bin ich Level 2! Ich habe High-Lap! Das ist wirklich schön für dich! Ahhhh... Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Party! Du musst gleich lachen! Mina tut sowieso schon tanzen! Hehehe... Wann du gehen hier lang? Wann du gehen hier lang? Wann du gehen wo er will? Wann du gehen wo er will? Hey, hier! Druf, 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 druf! Ahhhh... Jetzt ist J-Stritt! So ein Noobs! Ja, aber sie killen euch nicht! Juhu, Auto-Attack! Ahhhh, Bastard! Uh, der Schaden von dem Affe ist ja echt... Ja, der springt rüber, das ist so meins! Du bist ja fast in einem Carry! Ich bin ein Carry! Ja, der ist ein Carry! Das ist ein Millie-Fighter! Denen war schon gut, dass ich den 1st kill davon habe... Ja, einfach so... Nein, ich bin... Aber ich hätte noch genommen, weiss! Ja, das ist bei dir, wäre er genau so gut gewesen, eigentlich! Ist egal, mein Laser ist ja da gewesen, für Schaden! Schupitututu! Das war deine Feige, dann haben wir, glaube ich, bis auf die Ulti gar nicht so viel AP! Ähm, habe ich noch nicht nachgeschaut, habe ich nicht gesagt... Kannst du auf Karl nachgeschaut, im Fall! Also ja, der steht jetzt nicht in Prozent, aber die fehlt uns aktuell genießt! Voll daneben hätten den verwutscht, der Tonal! Ja... Ich bin ein wenig fehl für das, was ich jetzt im Moment habe... Ich würde scherzen es oft! Die machen wirklich jetzt ein Triple-Rain-Gag-Hus! Ja, aber wir posten wie 30! Nicht drauf, Wischu! Also, für öppet im Blue! Oder besser beide! Ich glaube, Bastard hat den Blue schon genommen! Nein, er hat ihn nicht! Aber er ist nicht mehr da! Er ist nicht mehr da! Er hat ihn gehabt! Oh, jetzt hinten rein, Wischu! Ja, kein Mana! Oh, hey, 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 hey! So verhängen! So richtig fett! Ich habe schein verficktes Mana! Waaat, jetzt sonst weint! Ja, also ja! Ey, aber nein! Der Kill hat mich gehört, Mana! Oh, jetzt haben sie weggeschossen! Äh, packen sie, Mischu! Ja, nicht mehr! Die hat eine Movement-Speed vom Größten! Ja, jetzt... Ich weiß, er hat ihn nicht zu Lebensdrank aktiviert... Ja... Ich setze ihn übersetzt noch nicht... Ich setze ihn übersetzt noch nicht... Damn auf, Mansped! Damn auf, Mansped! Und ich habe keine Mana für eine fucking Jam! Aber ich habe Mana für eine Alive! Sie hat sie umgedreht! Sie hat sie umgedreht! Sie macht den Kreischen! Ja, ja... Ich schieße sie zurück! Äh, fass! Ja, fass! Ich schieße sie zurück! Ey, schieße sie zurück! Hey, die Idioten! So! Ähm... Wo sind die gewesen? Ah, da ist jemand! Oder... Ah, da! Ich kann Mana... Mannareck! Ja, kein Mana... Ja, Mannareck! Ja, das ist zu weit weg da... Schaffe ich nicht mehr! Wo? Ich drehe vielleicht um! Schaffe ich mir vielleicht! Vielleicht kommt er mir noch nachher... So! Ulti! Mana-Reck-Ul! Ich bin jetzt auch da jetzt extrem empfehlen! Ich komme nicht mehr zu dem... Ring noch um! Du schaffst es! Yes! Haha! Ich gehe mal wieder runter! Äh, Sobek ist aber Pro, Mann! Ey, warte noch mal, bis ich den Gua an Ju kaufen... Das ist geil! Hilf mir jetzt aber beim Blue! Nope! Verdammt! Porta! Du Missgeburt! Ja, komm jetzt zum Blue, Mann! Jetzt gleich dem Hebo helfen! Der ist da allein gegen 12! Ich komme ja gerade! Ich muss erst mal zurück! Ja, aber der nimmt nachher die Basse, der Blue! Äh, was? Die machen den Turm! Wir pushen jetzt mal mit Hebo! Hebo! Finde ich mir krass, die Ulti regeneriert! Nö, ein echt krass Mana! Das finde ich mir echt geil! Wow! Nicht ein wenig zu viel Schaden! Die Talermitte ist auch weg! Ja! Ist gut! Hallo! Was ist das? Die Ulti! Von der hat mir echt mal alles Leben genommen! Die Katze! Ja! Ich habe etwa noch 500 Leben gehabt! Ja! Ja! Also ich kann die Zeit schon da machen! Und auf Distanz! Und... Nicht nur die Katze! Hm! Ja! 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 Ich bin da! Ja! Ich bin da! Ja! 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 Ich habe schon einen Phew! Eigentlich beide Tränke gleichzeitig zu. Ah, ich hasse. Nein, ich habe da nichts, gell? Ah, verkriegt. Was ist das für einen Bonus, den ich habe? Ah, passiv. Ah, Moveman Speed Bonus. Ey, die sackt wirklich, die dumme Ohren da. Ja, ich komme davon hin. Ich komme auch. Die kotzt mich an, die Bastet. Oh, die Bastet, man. Ja, ich habe einen Alkohol. Hallo, Dude. Ich komme, ich nehme sie, pack sie. Packt, verwutscht. Hallo. Oh, ich habe einen Krokodil. Nein, ich habe einen Krokodil nicht. Ich bin ein Krokodil in der Pit. Warte schnell, komm da hin. Like a Krokodil. Ich habe einen Krokodil da drin. Oh, Level 8 schon. Ich brauche nicht viel für meine Ulti. Ich habe jetzt mal meine Rüstung. Mischu, kannst du dann schnell, nachdem, wenn ich die Ulti habe, ob man den Ulti schnell hier drüber nehmen. Ja, Laser macht das schon genug. So aus dem Jungle raus. Bam! I am a fucking laser. Das finde ich so geil, überall Wart zu setzen, dann kannst du mit der Le... Oder mit der... Da kommt sie wieder mit ihren Scheisskarten. Schau einfach mal ein wenig. Das ist echt zu stark. Ich pack sie. Ich pack sie. Ich pack sie. Ich pack sie! Ja, ich schieße sie in die Zeuge. Ja, in die Halle. Nee, ich schieße sie noch weg. Doppel. Doppel, 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 doppel. Einfach nach. Einfach nach. Nein! Wir sterben. Nein, ich schieße sie. Das ist jetzt wirklich scheisse gewesen, nur wegen der Scheissheilung vom Gegnerischen. Ja, wirklich. Jetzt sind gerade meine Ulti wieder. Ah scheisse, mir kann ich jetzt echt nicht rechnen. Ich habe jetzt einfach 5-Movement-Speed. Der scheissrar regt mich auf, Mann. So, nachdem hol ihn mal. 7-5. Okay, nicht schlecht. Ja, ich bin entschieden. Der ist immer im Jungle, die blöde Bastard. Nicht hier. Oder beim Runen. Ich komme auch gerade von vorne. Da ist er, schau jetzt. Er fangst doch nicht, Mischu. Ja, ich bin noch gezingt. Ich habe gemeint, er fluchtet. Ich bin noch 5. Ich bin schon 8. WTF? Ich bin noch 8. Machst du. Ja eben, komm mal klicken. Das ist jetzt 1-2-4. Ich habe 5-0. 5-0! Oh, Ymir. In my face. Komm an, komm an. Ja, seine Ulti hat mich nicht getroffen. Ach du, die beißt jetzt auf der Linie. Die ist scheisse. Das hat er. Die kotzt. Die kotzt. Die kotzt. Die Katzen. Und ich werde zuhafen. Ich werde zu bellen. Haha, nein. Nein. Das geht nicht. Ach, sie kumpelt. Ja, sie hat mich getroffen. Ja, sie hat mich getroffen. Ja, sie hat mich getroffen. Ja, die scheisse Katzen bringen wir jedes Mal um. Ist echt zum kotzen. Ja. Oh, 3 auf der Linie nicht gewirkt. Und wenn es sich irgendetwas wohl runter gibt. Ja, ich werde mit Pushing. Wie habe ich das so behindert? Was zum? Ja, also... Ja, das ist so langweilig. Zuerst Kalein mit dem Laser. Zuerst Kalein mit dem Laser. Zuerst Kalein mit dem Laser. Bastet gleich OP mit der Ulti. Was denkst du eigentlich meine Ulti? Nein. 17,5 Schaden pro halbe Sekunde. Mist. Ich sterbe noch. Mann, so geil. Unsere Tower ist kaputt. Ja, ich sterbe eh wieder. Ich habe schon wieder ein verdammtes Leben. Haben wir die Tower zerstört? Ja. Gut. Hebo macht es gut. Metti haben wir auch verloren. Der nächste verloren. Nein, Metti bin ich im Halter-Deal. Links sind wir gut. Komm mal rechts von Haupt. Nein, ich komme. Ich kann nicht. Jetzt soll ich leben. Auf dem Weg. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch Falskild. Sonst hätte es jetzt mal... Oder die Falsche-Items. Eins von beiden. Oder beides. Nein, Falsche! Ah, da ist ein Heil drin. Ja. Ich bitte Bro, kannst du eigentlich... Ulte! Ja, jetzt sind die Ulti wieder. Ich habe jetzt gerade ihre Charge schon und Ulti machen. Ich bin auch wieder da. Ja. Ja. Dann muss ich was abholen. Ja, er freieset mich mit der Luft. Das kann nicht. Ja. Und... Voll daneben. Ja, klar. Das tut mir die Charge. Ey, der Scheiss-Heal von dem Möck. Oh oh. Ah, weg. Ja, jetzt bin ich tot. Mischte-Groh. Warte auf. Jetzt bin ich weggeportet. Du erlebst ja noch. Ja. Wir haben ihn. Schau mal schon. Du kannst ihn nicht lasern. Puh, das ist ein schwieriges Spiel als das Letzte. Ich mag ihn mir eigentlich. Er ist halt aus Mana. Einer da. Meine Ulti wäre parat. Im Fall ist es gibt so ein Item, wo wenn du den Gegner triffst, eine Chance besteht, dass die nächste Zauber gratis sind. In so einer violette Schale. Ja. Den wir in dem Fall kaufen. Ist wirklich gut. Also gratis? Dass es den CD angeht? Nein. Der nächste Zauber ist gratis. Also vom Mana verbrauch? Ja. Okay. Der Mana-Buff fährt an. Ich komme. Ich komme auch noch zum sicheren. Ich springe rein. Und jetzt kannst du schon in Ruhe. Da ist alles kalten. Wir gehen mit und dich die Bastard villgen ficken. Mann nicht! Wir haben eine Sprache drauf geopft. Überrasch. Kann nennen wir Deutsch. Nein wirklich, so richtig fette Sache. So richtig verfickt eben. So richtig verfickt, krassige, perversie. Gehen wir auf Ümir. Und auf Kali ist besser. Immer ist hier! Wollen Döner kaufen? Wollen wir uns kaufen? Döner macht Döner! Ah, jetzt geht's auf Döner! Seh nicht! Ah, nein! Freezing, Freezing! Assist! Adieu! Häl mich mal kurz bitte! Wenn's gekommen ist. Hast du Sinn? Das heisst, bitte halt mich am Leben! Haha! Nein, sie überlebt! Du dumme Schlampen! Glaub es nicht! Du musst ja schauen, jetzt rum. Ah, nein, sie ist halt da. Au! What the hell? Oh! Oh, hinter uns ist ein Bastard! Jawa! Ich komme! Ich komme alle! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Grab sie! Kick sie! Ja, dann kommt sie aus meiner Reichweite raus! Wir setzen den Speed Buff immer noch drauf! Jetzt nehmen wir! Ah, ich gehe weg! Ich gehe weg! Ich gehe weg! Ich habe sie! Irgendwie geschossen zu euch! Ja, dann helfen sie mir natürlich! Mischu, hilf doch! Ich bin fast tot, falls du es noch nicht gemerkt hast! Ja, aber du hast mehr HP auch! Du siehst, ich bin tot! Wie hat sie das gemacht? Mit der Pass, mit der Ulti! Mit den Scheiss Viechern! Das ist echt zu stark! Ja! Ja, komm! Ja, dann verwirrst du es nicht! Es ist voll! Die dumme Hure Scheisse regt mich auf! Mann! Ja, wir haben immer noch Kilme insgesamt! Ja, jetzt 1-4 Mann! Ja gut, das ist nicht das erste Mal! Das ist immerhin eine Entschuldigung! 6-0-3! Fuck! 2-4! Naja! Die Schummi! Die kommen alle! Es sind alles so schnell wie Viecher! Aber eigentlich auch zweimal den gleichen Kauf! Geht das so? Du musst ja nicht sein! Du kannst nicht zweimal das gleiche Item kaufen! Schade! Es gibt aber Zauber, den du kannst kaufen, was du es noch nicht gewusst hast! Ja, Ability da! Wir sind alle links! Ja, hey Bobby, du gibst voll Bastard auseinander! Nein! Ich bin auch! Ähm, noch eine Veränderung! Ich bin fertig gemacht! Ja, es trifft mir auch wieder nichts von meinen Fähigkeiten! Ja, 2 Sekunden habe ich eine Charge! Obwohl, jetzt ist es schon schnell! Ja, ich funktioniere einfach nicht, warum? Es läuft irgendwie! Aus einem Scheisslicht raus, du Mist! Ohhhhh! Fucking Arschloch, Reife! Ey, kommen wir zu uns! Es ist easy kill! Ja, der wäre auch easy kill, wenn er nicht so verdammt zu Glück hätte! Ja, mit dem Speedbuff, den er hat! Geht das? Passiv von ihm! Das ist der Passivfilm! Ich habe den Zaul underaktiviert, gebt ihm Speedbuff! Dreimal stackbar! Ah! Das ist ein Missgebürtlis, Leises! Für das habe ich aber das... ...Bladecode ohnehin, wie heisst... ...Fatalis! Wo ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er? Der Zaul? Genau hier! Genau hier, wo der Tauermausch verstanden ist! Schau mal den Ymir noch! Der Ymir, der Alkan und Kalis! Und Kalis ist beinahe tot! Geht mirwind schau. Was, er hat nicht gehypt, bevor ich kille? Hat sie die 3 mir auch gehypt? Er kann und lässt sich mine Wagen beschüren. Es ist ein Rage-Game, man. Es wird ein Rage-Video auf YouTube. Es wird so richtig Rage, man. Und jetzt kommen sie abholen. Ja, es war so gefährlich. Ich bin echt schwach. Ich halte zwei News einfach. Ich bin wegen einer Bastel. Du siehst, sie ist Meili. Aber sie ist auch... Sie ist echt schnell und zu beweglich. Bei der Scheiss-Ra-O und... Ja, sie hat da die Speed-Buff. Der Ra... Da kommt aber auch erst die Speed-Buff, wenn er Fähigkeiten macht. Sie ist die Jungle, oder was? Sie hat Hand of the Goat. Nein, ich hoffe jetzt auch nicht überpassen. So, wir haben jetzt Dings voll. Einmal Mitti, Michu. Movement Speed voll. Treppen. Fatalis. 35, 10% Movement Speed und 20% Movement Speed und... Tschüss, Bastard. Jawoll. Jetzt habe ich sie machen, einen Fett zu töten, die Bastard. Ja, ist gut. Scheiss, Schaden, den der hat. Kill. Ja, der hat schon gehört gemacht. Ja, Mann. Ich könnte die Mitti aufbrauchen, aber bringen den noch nicht runter. Ja, ich komme sonst. Und rechts ist noch dran, Kuang im Push. Ja, ich komme, Mann. Und jetzt ist er plötzlich weg davon. Ja, ich bin sicher von mir, Mann. Komm, Baby, komm. Ich darf noch ein bisschen auf Magical Power gehen. Ich bin einfach unterleveled, das ist das Problem. Ja, der Gang Chang. Bei Zang. Äh, bei 11. Es geht, ich bin 12. Bobic 8, 1, 4. Ja, fang raus. Was hat jetzt uns hier gepusht, der Wexer? Wo ist die jure Bitsche? Ja, zu Tore. Jetzt sollten wir nur mal gepusht, die hat so... Fast unser... Ja, wir sind recht zur Seite. Mhm. Übrigens, weißt du, der Neue im Dota 2, der Magus. Ah, Kali! Ja, ist gut. Ich bin da hinten. Das ist ja recht witzig, der Magnus im Dota 2. Ja, weisst du, wo ich bin? Ich bin da hinten. Bastet macht der Mitti-Turm. Ja, zum Glück, wir sind gestorben. Alain, wo bist du noch mal drin? Ey, Mitti ist auch Kuang. Wurde, Nienz! Kauft euch doch noch mehr Schaden. Ist das der nicht der cooldown? Ja. Oh, hier ist ja Kali neben mir durchgerannt. Ich mache genau 100 Schaden zu denen. Boah. Ja, ich will pushen, weisst du. Dann gebe ich gerne meine Ulti hin. Wir gehen auf die Minions, gleich auf die Hau. Ja, das ist wieder die Bastet mit den Katzen. Weg mit dir! Woher hast du jetzt hinkommen? Oh Mann. Aber wir haben den Tauern. Ja, wala. Ja! Ja, endlich mal. Ja, wala. Ja, ich will nicht mehr Ulti brauchen. Bis zum einen guten Kairn. Alle heilen! Auffahrt! Und jetzt noch Lifestyle. Okay. Warte schnell, warte schnell! Ah, adieu! Nein, scheisse! Ah! Ah! Woher hast du schon? Oh, was? Wieso? So schnell? Ja, Ra ist Schaden, Mann. Der ist Schaden, der macht nicht den Isch. Oh, ein B. Ich bin jetzt auch bei mir. Okay. Okay. Ja, und der macht auch sehr viel Schaden. Ja, lass mich durch! Hä? Minions sind wir mal wieder blockiert, während wir irgendwie 10'000 Schaden ausdehlt und einsteigt gleichzeitig. Ja, eh? Ah, Whitey Storm! Ja, ganz sick. Minion tut nur so blöd kichern. Ja, eh? Ja. Oh, drei Meter. Äh, ja, rechts. Auch noch ein gutes Ziel zum Toten. Ja, aber hier muss man verteidigen. Ja, hier muss man verteidigen. Ja, aber dort ist nur ein und hier sind zwei. Ja, leider. Ja, ist gut. Mach deine Ulti, wenn man die Hälfte von der Lebe nimmt. Jetzt hör auf, so schnell zu ziehen, Mann. Ja, klar, treffe ich ihn nochmal so halb. Wir töten ihn da! Wir töten ihn doch da! Hey, der verreckt nicht! Er hat ihn eingesperrt. Verreckt! Oh, Mess! Geburt! Wow. Ich brauche jetzt mindestens eine Stufe von diesem Lebensraum. Der Scheiss! Ich bin so mächtig. Hier ist dann noch E-Mir, der in die Mitte geht. Ja, komm. Wir haben unseren Phönix verloren. Wir haben unseren Phönix verloren. Ja, so geht das. Kannst du einen, äh, hinterher packen? In die Sekunden wieder, ja. Gut. Leider ist Spaß. Jetzt er gerade... Oh! Ah! Er haut mich direkt auf! Ich bin uncool, Mann. Ja, von hinten kommen wir noch Minions. Jetzt er gerade meine Ulti parat. Ja, gang drei. Ich habe meine Ulti. Jetzt... Oh! Bravo. Es ist immer das gleiche. Jetzt hat sie geschissen. Ja, ich habe eine Schadensmuse. Yes! Ah, dieu! Es hat sie für ein I-Tem? Sie ist ja fei. Ich habe die 2-Jesse Sekunde unverwundbar gemacht, so wie das Stundenglas. Hääääh. Ja, nix. Ja toll, der zieht sich dort Al Kuang ist ja auf der anderen Seite am... Ja, ich gehe links Sieht ihr Mitte pushen nochmal Wieso ist der dort vorne gewesen? Ich komme jetzt auch Mitte Vielleicht haben wir auch gegen den auch sicher auf unsere Seite jetzt Ja, hier ist ja... Ja, hier ist ja... Ja, hier ist ja... Al Kuang Machen Gehen hin Du kannst jetzt hin über die Lane wahrscheinlich Ja, aber das ist ja eine andere Alte Bist du blind? Und Ich glaube nicht, dass wir das mit den Schlägen anfangen Nein, das ist ja ganz schlecht Jetzt sind ja wieder meine Alte aktiv Ja und? Das sind viel zu viel gegen viel zu wenig Die sind rübergezogen Und sie passen dort Wir gehen definitiv falsch mischen Wieso? Ja 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 Also alle reicht es ab Sagen wir es so Wir können zurück teleportieren Ja 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 Was am jenatter geschieht? Was meint ihr eigentlich? Ja Das... Ja... Sicher doch! Kommt schon batteriesd. Und das und jenes er Scheisse wie wir haben. Rage Waaaat! Oh, ein bisschen laut. Ja komm, Minotaur erwacht. Ja. Versau ihr Arsch. Ja, genau. Ja, voll aufgebastet, jawoll. Wow, was? Geil. Verstehst du nicht passiv im Misch? Äh, ich bekomme ein Movement Speed, wenn ich nicht im Kampf bin. Ziemlich scheisse während dem Kampf. Ja, die hat er, die scheisse. Ich gehe heilen. Wir müssen es erpusten, Mann. Mann, Mann, Mann. Ja. So, Anke kann ich mir noch nicht lösen. Heil mal, der Minotaur, Roman. Kann ich das? Ja, das geht. Ja, das ist schön. Ja, wow. Der hat Schaden bekommen vom Rokst. Ja, der hat so viel Level, dass du nicht mehr merkst. Aber du siehst ja die Animation bei ihm. Ja. Ich sehe nicht, aber es ist näher. Es geht aber gleich. So. Wir haben halt dagegen gepustet. Ja, auch Kank versucht es, aber alleine wird er sterben. Ja, der ist schon tot. Hey, ich habe mich hier gebraucht bei den scheisse Minions. Ja. Bist du zu blöd zum Minions gefühlen? Ich bin Tank, ich bin kein Damage-Dealer. Ich bin Disabler. Das ist echt keine Reise. Ich bin kein Damage-Dealer. Boah da. Ja, hey, der soll pushen. Mein Motto hält. Es schafft es. Ich werde es probieren, ich habe es probiert. Jetzt pushen. Gott. Zu mir! Von links kommt eine Kale Ah! Ah, zwei Ultis hat die Fresse bekommen Der Ring ist ein Toter an, der Heiter geht hoch Der hat er verreckt Nein, aber er nimmt ihn Ha 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 Ja! Weg! Ja, ein Heiter hat den Spiel verlassen Toll, Hibbo weg Hm... Mann, jetzt hat man ihn aufgeladen Das war so lustig Am Anfang Oh, was ist denn da, unser? Hä? Phönix, Phönix Def, was ist denn da? Ja, ich muss jetzt zuerst mal einkaufen Ich muss zuerst mal wieder respawnen So am Rand, ich habe jetzt noch eine gute Idee Nein, er verreckt sich wieder Super Die Fresse ist wieder weg Nur weil es zu blöd ist Es ist zu blöd sie mich anzugreifen, die Minions Und einfach keinen Damage nehmen Ich will nachher helfen Ja, verrecken Nein, ich sterbe Was hat denn für ein Spiel? I have been slain, ja Ja, kommt noch was jetzt Das kann ich ja nicht mehr da schauen Hier bleib ja Nein, trotzdem Das ist ja weg Warte mal Adios Super 100 Damage holst du ein 883 Habe ich glaube es mal geschafft Boah Also am Rand Ist immer noch so Jetzt ist er geslaut Oh, das ist schlechter Schaden Ich werde zu Gumpen ziehen Jetzt sind alle jetzt... Ja, wenn es Alkohang wird da drauf gehen Aber der hat er verarmt Ich gehe zurück Ulti, komm Ulti Ich hasse noch nicht Dann dann 10 Sekunden Habe ich mal weg Ich komme sicher Wie ich das hasse Dann haben meine Kollegen nicht mehr zu ziehen Trigger mich Nein Oh Ja Ja, wenn wir aufgeben Anders können wir nicht mehr gewinnen Mit einem Liefer Vielleicht kommt er noch zurück Wir haben dir mal eine Zehn Die Zahl der Zehn Ich habe mich nicht mehr Jetzt hört Du wirst mehr anzugreifen Die anderen Wichser Was ist er denn da? Und wieder die Scheisse Bastel, die mich einfach umbringt mit zwei neue Fähigkeiten. Nob ist nicht da. Ja, wenn der Ding sofort kommt. Ich bin für aufgegeben. Ah, er ist wieder back. Er ist immer noch offline dargestellt. Nein, der Hebo ist ja offline. Schön. So. Ja. Das geht noch ewig weiter, sage ich euch. Das geht noch ewig. Und so jetzt noch rechts angegriffen wird. Ja, ich bin noch viel gefundet. Ja, du. Und bleib noch länger in der Nähe von phönix. Ja, brav, Meitelie. Da hinten, Sümir! Es bewegt sich, es leidet Eier! Oh, F***! Denkt man ihn nicht zu lassen! Bastard! Ich kann töten, 13-3, yeah! Ich kann definitiv nicht töten! 3-6! 4-7! Ist das, Sümir im Jungle? Wir gehen mal schauen, was ein Feuergigant ist! Gegen rechts! Komm, wir pushen! Wir machen den Fernick von neben meinem Hotel! Solo! Moment! Da steht noch der Feuergigant! Ich habe mal kurz den Lebens-Buff hier! Also, ich helfe dir! Ah, hier! Was? Sie hat meine Ulti geblockt! Sie hat meine verfickte Ulti geblockt! Sie hat meine verfickte Ulti geblockt! Sie hat meine verfickte Ulti geblockt! Was ist der Ass, Mann? Sie ist wirklich eine Schlampe! Sie ist eine Frau! Wie macht sie das? Nein, ich habe nicht erwähnt! 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 Nein, ich habe sie aufgewählt! Ich habe nicht erwähnt! Die machen wirklich viel schade! Das ist ein F***! Ich habe nicht erwähnt! Oh ja! Hahaha! Kombo, Junge, Kombo! Oh, Back, Back, Back! Ist er recht? Ich bin erst wieder in gute Minuten gespandt! Ja, der ist weg! Wieso schaffe ich einen Diets-Posch von mir? Nein, Mann! Sie sind wahrscheinlich wie eine Möse! Äh, alle! Wir kosten nur noch 10 Steine! Wir sind Lernende! Cool! Ja! Wir haben eine Menge Rabatte! Hahaha! Tanti, Stifte! Wäre aber nett, dass sie mich noch Power machen, Jungs! Ja, was? Ich warte jetzt nicht Power-Free! Yes! Ich habe ihn aufgeschreckt! Nein, doch nicht! Yeah! Wuuuuh! Double kill mit der Runde! Ja! 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 Findet mich noch mehr! Findet mich noch mehr! Jetzt postet! Ich gehe verteidigen! Ihr könnt pushen! Ratt! Oh, Kali! Kommt schon wieder über rechts! Die Töte sind ja, Roman! Oh ja, f***! Haha! Oh, shit! Ich habe noch 10.000 Gold abgefahren! Für den ersten Minion Lauer brauche ich, dann meine Ulti! No chance! Ja! Warte schnell, warte schnell! Voila! Wenn ich die Back habe, dann helfe ich jetzt gleich mal! Okay, der ist gleich mal bloß! Ich bin da. Was ist das, was ich jetzt mache? Ich bin da dran! Das ist ja noch nicht! Ich bin da dran! Ja, los! Ich bin da dran! Und ich bin da dran! Also, ich bin da dran! Ich bin da dran! Das war mein Geheimeiniger! Mann, dass sie so schnell weg sind, das ist unglaublich. Also dass sie so schnell gespahnt sind. Ja. Wir kommen nicht mal zum Puschen, wenn wir die Phönixen da haben. Wir müssten rechte Line pushen. Ja. Ja. Puschen mal rechte Line. Links verteidigen, links. Dann generiert sich der Phönix wieder. Links. Also da bin ich links, mich schon mit dir durch. Kann ich den halten? Jetzt sind wir noch zuhause. Aber der Tor nicht. Sie sind sicher ein Feigeiant machen. Ja, sie sind drei bei mir. Hallo. Drei. Okay, ich kann mal auf die F halt. Wow. Oh. Nein. Ich versuche jetzt weiter. Und von irgendwo unterblastet. Die machen die Minas aus. What the fuck? Ja. Das nennt man die Cones of Damage. Ich trage dort. Alles klar. Ich denke ja, ich bin entspannen. Ich bin abhängig. Komm weg alle. Aber mit beiden Equipmenten.